Die Kumulierung von UVP-Projekten ist so ziemlich das Komplizierteste, was wir im UVP-Recht kennen. Und da hat der Verwaltungsgerichtshof vor vier Jahren schon mal entschieden, man müsse eine Windenergieanlage und ein Wasserkraftwerk hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen gemeinsam betrachten. Und damals habe ich schon gesagt, das wird wirklich Probleme bereiten. Und jetzt, vier Jahre später, im Dezember 2023, haben wir zu einem Hotelprojekt am Semmering eine Neuentscheidung des Verwaltungsgerichtshofs dazu bekommen. Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Martin Idober von der Umwelt- und Energierechtskanzlei in Idober und Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Und bei dem Hotelprojekt am Semmering geht es um so ein altes Hotel, das eben revitalisiert und erweitert wird. Und das Hotel für sich selber ist einmal unter der UVP-Schwelle, also insofern einmal safe, nicht UVP-pflichtig. Aber der Verwaltungsgerichtshof hat dann gesagt, naja, wir müssen uns eigentlich anschauen, ob es vielleicht mit anderen Projekten kumuliert. Und da war ja die bisherige Sichtweise die, dass man so eine kumulative Betrachtung nur mit gleichartigen Projekten durchführen muss und kann. Das heißt auch Hotel mit einem Hotel, aber nicht auch Hotel mit irgendwas anderem. Und da hat der Verwaltungsgerichtshof jetzt anknüpfend an seine frühere Judikatur gesagt, nein, es geht nicht darum, ob die Projekte gleichartig sind, sondern es geht ausschließlich darum, ob die Umweltauswirkungen von unterschiedlichen Projekten sich überlagern können. Das heißt, das Hotelprojekt verursacht vielleicht Luftschadstoffe oder Lärmemissionen oder zusätzlichen Verkehr oder ein Eingriff in das Landschaftsbild. Und ich schaue mir jetzt alle anderen Projekte an in der Umgebung und beurteile, ob die Auswirkungen dieser Projekte mit dem Hotel gemeinsam erheblich nachteilige Auswirkungen ergeben. Und das wirft für uns jetzt viele Fragen auf. Frage eins ist, Moment mal, das Hotelprojekt hat als Mengenschwellenwert Betten und Flächenanspruchnahme. Wenn daneben die Eisenbahn ist und ist vielleicht auch laut, dann geht es hier um ganz andere UVP-Mengenschwellenwerte. Wie sollen denn die zwei Projekte gemeinsam in eine UVP-Pflicht rutschen können, weil sich ihre Auswirkungen überlagern? Betten und Eisenbahnkilometer passen einfach nicht zusammen. Frage eins. Frage zwei. Welche anderen Projekte wollen wir jetzt anschauen? Alle Projekte, die dort am Semmering sind und Auswirkungen auf Luft, Lärm, Verkehr und Landschaftsbild haben? Alle Projekte, die jemals dort errichtet worden sind? Da stellt sich dann die Frage, was ist denn der Referenzzustand, der Zustand der Natur, bevor der Mensch überhaupt hingekommen ist? Aber die wichtigste Frage ist, hat der VWGH das UVP-Gesetz gelesen, § 3 Absatz 2 UVP-Gesetz sagt, Kumulierungen sind nur mit gleichartigen Projekten durchzuführen.